Ich eröffne die zweite Landtagssitzung. Wir kommen dann zu Punkt 2 der Tagesordnung, Amtseid der Ministerpräsidentin. Ich eröffne, dass ich meine Kraft, den Wohle betreut des Wissens, seine Nichts und Lehren, Schaden von den Wänden, Verfassungen, Schlecht, Wagen und Verbrechen, seine Pflichten, Gewissenheit, Erfüllung und Gerechtigkeit in den Niederlanden die Erde, die Wanne betrifft. Vielen Dank.